Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie da sind. Was es mit unserer Holzfaser-Strategie auf sich hat, warum uns die Einführung eines Lobbyregisters in Bayern so wichtig ist, wie wir uns die Energieversorgung der Zukunft vorstellen. Dass eine wohnortnahe medizinische Versorgung das A und O ist, erfahren Sie in unserem Schwerpunkt dieser Ausgabe. Untertitelung des ZDF, 2020